Meine Eltern haben immer einen Käfer gefahren, mein Bruder hat einen Käfer gehabt und ich selber bin einfach ein Käfer-Fan. Mein Name ist Markus Krell, ich bin hier in Tiefenbach wohnhaft und arbeite auch hier als Pfarrer für vier Gemeinden. Mein Garagenschatz ist ein VW Käfer, ein schwarzes Teil. Es ist politisch nicht ganz korrekt, wenn man negrometallisch sagt, aber so heißt die Farbe ganz offiziell eben der Bedienungsanleitung. Und dieser VW Käfer ist Baujahr 83, ich habe ihn 1985 als Student gekauft. Ein Kollege im Priesterseminar damals hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Käfer in der Zeitung annonciert war, und zwar fälschlicherweise unter Nutzfahrzeuge, sodass ich als einziger Interessent dann bei diesem Verkäufer aufgeschlagen bin, einem älteren Mann, der mit 78 Jahren nicht mehr fahrfähig war aufgrund einer Augenerkrankung. Und ich habe dann für 8.000 Mark damals diesen Käfer erworben. Und dann war ich so pleite, dass ich dann ein ganzes Jahr lang nicht habe Autofahren können, weil ich mir weder die Versicherung noch den Sprit leisten konnte. Trotzdem ist was mir wert. 200 PS hätte ich gerne, aber es sind leider nur 34 PS. Das ist ein 1200 Kubikzentimeter Motor. Höchstgeschwindigkeit laut dem Kraftfahrzeugschein 115. Ich bin aber auch schon Tachoanschlag gefahren, 160, allerdings bergab mit Rückenwind. Wenn ich in dem Auto sitze, dann fühle ich mich natürlich ein bisschen an die Bete-Jugend erinnert. Es ist ein Stück weit Andenken auch an meinen mittlerweile ja verstorbenen Vater. Was mich fasziniert ist, dass die Menschen eigentlich so positiv auf dieses Auto reagieren. Also kein Neid oder irgendetwas, sondern sie sind eigentlich sehr freundlich. Also viele winken und erheben die Hand, weil sie einfach an ihre eigene Jugendzeit auch erinnert werden. Und das ist etwas, was mir selber auch Freude macht mit dem Auto, weil ich anderen Leuten auch damit Spaß bereite. Das Besondere an diesem Auto ist, dass man einen ganz anderen fahrbaren Kontakt hat als in einem hochmodernen Auto. Es ist die Form, es ist die Einfachheit, es ist die Robustheit und das Auto ist jetzt 37 Jahre alt und hat noch überhaupt keine größere Reparatur gehabt. sie und nicht alle Panzerschöpfe und w爸爸看看 Sie wissen, wie ich estaban mit dem Auto